Jawohl. Dann, let's go! Kleinscheißer. Hier gibt's glaube ich den Stiefel. Den Stiefel? Ja. Ich denke, woher kenn ich das Kerbel doch? Aber du hast es nicht schon gehabt? Nee, ach, okay. Finkt euch doch die Kettenhunde. Machst du, wobei halt schon mal irgendwas mit Kettenhunden, ne? Ja! Und gleich bist du tot. Ja! Na, was geht ab bei euch? Weider schwer, verdammt so gleich! Pass auf, Hupf! Hä, wird das hier nicht? Hüpfst du doch. Ich sag doch, die Hüpfen! Mann! Ich wusste es doch. Egal. Oh! Safe! Safe will continue! Safe, 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 safe. Wieso? Safe in... Ja. Hallo? Es speichert das doch eh automatisch. Nein, ich weiß. Komm! Du dämlicher Köter. Mach dich doch ins Knie. Bum! Sag ja, nix. Ich bin ja ganz ruhig. Will ich aber nicht. Fuck! Ihr hässlichen Ritzdinger! Was sind das für Kackdinger? Hast du die ausgeschissen oder warum sind die so kacke? Did it! Did it! Hey, sind das nur so paar Läppern, der ist getrübt da irgendwie durch die Röhre weiter? Hä? Warte, bevor ich jetzt das mache... Hätte sein können. Ich mag die Kettenhunde in diesem Spiel nicht. Oh! Ey, ganz ehrlich, das ist doch ne Wichse. Ach, fick dich Kettenhund! Blödes Lächeln prügel ich hier noch irgendwann raus. Ey, ein Leben nur noch. Ja, egal. Du musst denken, scheiß auf das alle leben. Ne? Ja. Wir sind nächstes Level. Ja. Aber wie gesagt, nur weil ich nebeneffekt war. Ja, du hast einfach so... Du hast getan, ob das funktioniert. Ja. Du hast geholfen, dass Level 2, dass ich über Level 2 konnte. Ihr frisst dich. Ich hab einfach, ähm, die Pixel-Effekte rausgesucht. Ja, genau. Pixelabstände, wo man gegenspringen kann und wo nicht. Damit ich's dann durchlaufen kann. Genauso ist es. Jam, 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 jam. Oh, oh. Hier ist das Schüchen gekommen. Jam, 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 jam. Die Dinger sind so behindert. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja, ja, mach. Jeder noch ne Runde sterben. Oh, das ist doch schon. Bei ne Stunde. Boah, ich hasse den Kettenhund, ne? Alter, f*** dich, spiel ganz ehrlich Ich weiß nicht, wer die Kettenhunde eingeführt hat Aber die hätten sie auch rauslassen können Ja, keine Ahnung Wo ist Mr. Knutschut? Ach ja Wow, jetzt schaffst du ja weiter Was geht denn los? Das weiß ich noch nicht Und das mit den Lecks? Aha, kriegst du nicht Schade Ich spring einfach runter Ja, einfach runter da Egal, vielleicht ist da ja kein Abgrund Das ist der Mist geworden Alter, ich sterbe vor dem Ding, genau Ist klar Ja, ist ja schon wieder ein M Ich glaub es ja nicht Oh, ich seh keins Ja klar Da läufst du durch Da ist doch keins Da steh ich doch drauf Ja, ja Ah, ich will doch gar nicht Ich drück mal falsch Och, nö Oh, nö Hallo, wollt ihr mich verarschen? Komm, ich geh da mal auf Kannst doch nicht mal Bestimmt noch nicht mal in jede Ruhe reingehen Jetzt kommst du wieder von oben runtergefallen oder so Äh Okay Ich glaub, wenn ich in die andere reingegangen wäre Wird ich wieder runtergefallen Schieb durch Oh, verraten wir das mal Weiß ich dich Ciao Ich weiß, dass das nicht ging Euch doch, komm her Wieder so kleiner Block angeschissen Wahrscheinlich, ja Voll so ein richtiger Monkey Man Block schmeißer Wo nimmst du einfach nicht den Block? Weiß ich nicht Vielleicht war das auch so gut Noch gesehen Guck dir mal, wie der sich freut Tschüss Wie der sich freut, wenn er so einen Block bekommt Ja Oh, bitte, bitte mach das Also vor dem Ende Klatsch dich so ein Ding noch mit dem Block an Vom Ende ist so ein Ding auch wahrscheinlich Oh, egal Oder auch nicht Oh, geschafft Oh, da ist ein Häuschen Was ein Gaumelschmäuschen Welches möchtest du? Okay Ja, Panda Konnte der denn den Effekt hier noch? Na Was? Was den Tag? Kenn ich gar nicht Guck mal, konnte sogar Ging das hier noch? Ja Alter Alter, Schwede Nee, ne Warum? Dann hängen die Spiele ins Kneipe Ich bin da noch Egal Das nehmen Geht so ein bisschen Ähm Ich weiß nicht Ich weiß nicht, irgendwie ist das normal, dass das da bleibt, bis man komplett stirbt Wollt ihr mich verarschen? Scheiße Ich mach auch nur Scheiße hier wieder Scheiße Scheiße Ja gut, ne Ja Was soll ich dazu sagen? Ich mach das Easy Level hier jetzt wieder Boah, ich dachte, das wäre wieder so ein großer Affe Nee Wir sind doch wieder im Mini Level Ja, aber hätte ja sein können Ja, ja Guck mal, da kommt ein kleiner Scheiße Ja, das ist so gemein da, ne Aha, tschüss Das ist ja auch Willst du mich verarschen, ne? Dann spricht nicht mehr Nee, ich muss mich konzentrieren Ja, das ist ja auch Man, will er mich verarschen oder so Ja, dachte ich auch so Hä, sterben? Kannst du auch mal so runterkommen? Vielleicht So mit mir reden oder so Hä, sind das denn so wenige Level? Scheint so, ne? Komisch Ich würde die nicht für nutzen, ne? Nö Ich würde eh verrecken Sondern das was Hä? Ja, genau das Ich dachte, da kommt man nämlich auch hoch Bist du komisch aus Ja, denn Deswegen war ja mein Plan, dass sie da irgendwie hochkommen Aber egal Das muss auch so machbar sein Meinst du so? What? Ja Oh, war das Kina? Scheiß, die Wand an Was ist ein H-F-A-K-Los? Bis ein H-F-A-K-Los War das gut oder war das gut? Ausnahmsweise Ausnahmsweise meine ich jetzt Ich weiß, sonst bin ich scheiße Fuck Einfach durch Ey, der Effekt war zu schnell weg Scheiß Ja, du warst noch nicht mal oben Und ich war zu langsam Ja, der Effekt war noch da Hätte man schaffen können War oben Nee, das war halt ich noch Ich glaube, das war noch gebrochen Ich hab keinen Bock Ich hoffe, das ist ein Level Ich hab keinen Bock Du bist so behindert Ich weiß gar nicht, was das macht eigentlich La 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 Was? Die Burg Oh, so ne? Also ich sehe nichts, dass irgendwas freigeschaltet werden kann Keine Ahnung So, da grüßt er was Schöner von ihm Kann auch sein Umso wahrscheinlich oben irgendwie noch lang Da, guck mal Oh Ne Feder, Feder, Feder Ist aber ja Eigentlich eher ein Blatt, Blatt, Blatt Blatt, noch Cut, Cut, Cut Hey, ist das mies Egal Obwohl Obwohl Was machst du da für Scheiße, Schüge? Ah, fuck Ich hätte dann mit dem Anschwung da rum Ja, ich weiß, was du vorhattest Das weiß ich doch Das weiß ich doch Das weiß ich es schaffe, alle da reinzuspringen Ja Codespiel Codespiel? Weißt du was? Ja, ist klar Jedes Level, wo ich reingekomme, so ein Scheiß Was? Nein, ne? Nein In die andere Richtung Willst du mich verarschen, Level? Ja, hier Meins Wie gemein ist das Level denn? Ich hasse nach rechts spielen Äh, nach links spielen meine ich Guck mal da Ein Sprungschuh Ach, warte Ehrlich? Hoi Oh, cool Hoi Fuck Nein Warum renne ich denn wieder zurück? Ja, wo ich Ja, 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 ja Schönes Linkslevel, ne? Hm Aber was bringt das Linkslevel? Keine Ahnung Ein bisschen weniger was Guck mal, ich will das Schloss schaffen Kann mich doch nicht nehmen lassen, dass ich das Schloss nicht schaffe Dankespiel Ich hasse dich auf Leben lang gezeigt Jünger hat den verfickten Powerflügel, damit sterbe ich sogar noch Ich kenne Das ist echt Gut geschafft Aber das ist echt gemein Ja, komm Level Ja, mein Gott, ob du jetzt von links nach rechts rufst oder von rechts nach links Ich mag das aber so nicht Ich mag das nicht Mama Kannst du gern nachrufen Wird dir auch nicht viel helfen hier Was Bei dem Level Was Deine Mama Da ist der Schuh Da ist Stiefelkind Ich glaube, ihr seid Stiefelchen Ja, ich muss von unten ran Wie bei dem hier wieder Hallo Stiefelchen Meiner Das Ding ist echt geil Weißt du das? Ich weiß, das ist total OP Aha, nein Leider, warum da so ein Zahnrad nebenbei herläuft Keine Ahnung warum Sag jetzt nicht, das geht jetzt in die andere Richtung wieder Ja, sicher Stiefelchen teilen Verdammt der Angst, wollt ihr mich verarschen? Stiefelchen teilen Da war ein Loch Hast du das gesehen? Ja, voll eiskalt Überall Blumen und dann so ein Loch Ja Oh, ich liebe den Stiefel Ja, das ist was für Und da passiert mir sowas Mann Alles wie man Eigentlich für Flash Krieg das Kotzen gerade Schieß mal nach unten Komme ich auch wenigstens rüber wieder Warum kommst du schon wieder raus? Ja, weil der Weg zu lang ist, dass er wieder spawnen könnte Ah, da hat der Stiefelchen Stiefelchen ist sehr geil gut Ah, weg, Stiefelchen weg Z hat es verliert Das Level ist schon geil Muss ich sagen Das Level ist echt geil Schon ganz gut Warum? Das kann doch nicht wahr sein Das macht keinen Spaß mehr, das Spiel Ich will was anderes Ich will meinen Schnuller und meine warme Milch Wir machen so Wenn wir jetzt nochmal Game Over gehen Ja Beide Dann machen wir wieder Ende So wie wir es immer machen Ja, genau Das kann ich glaube, dreimal immer Ob wir jetzt abgestützt sind Wir sind ja keine One-er Nö Zu zweit ist das unmöglich Wir sind echt keine Speedrunner Obwohl ich schon Donkey Kong schnell spielen kann, aber Alleine, ja Alleine ist das kein Problem Alleine ist das echt kein Problem, Megan Vor allem, weil dann hast du diese Legs-Probleme Das ist das ja Bam, bam, bam Stiefelchen Kannst du meinen Stiefel wieder haben? Hey, meinen Stiefel, gib her Danke Passt viel angegossen? Ja Hä? Was war das denn jetzt? Toll Weiße Mein Stiefel ist weg Passt wie angegossen, hast recht Passt echt wie angegossen Du mich auch Ja was denn, ich kann nichts dafür Das ist alles deine Schuld Oh, warum ist da kein Stiefel hier Hier war da einer drin Ja, ich weiß Warum Hast du das gesehen? Vielleicht irgendwas drunter oder so Hm Warte mal Hier meinst du? Ja Du jetzt? Da kann man eh nicht rein Ah, hätte ja was sein können Da kann ich auch nicht rein Ja Tot Ich denke da drüber auch ran zu saugen Ich glaub's ja nicht Weißt du was ich jetzt mache? Ich nehme den Powerflügel einfach Hm, mach das Oh ne komm, ich hab ja sowieso noch ein Leben Zwei Ne zwei, dann schaffst du aber das andere Level Wingsen oben Sober? Ja Dann schaff mir das Wingsen Dann schaff mir das Wingsen Du kannst mich mal an den Publis knutschen Ich fliege hier einfach eben durch Bambadabam 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 Ich weiß Aber es geht ja noch, jetzt bringt er noch Noch? Ja noch Aha Jetzt trifft mich so ne Kugel Hm, dann lache ich Auch nur weil ich Lust hab lachen kann Bambadabam Guck mal, so kann man's aus schaffen Ja sicher! Aber sicher doch!